Tablets im Unterricht. Für manche Pädagogen schon Realität. Aber wie geht es den Lehrkräften beim Einsatz der mobilen Geräte? Um dieser Frage nachzugehen, hat die Education Group das Projekt Tablet Teacher Live ins Leben gerufen. Drei Lehrer werden ein Jahr lang Tablets im Unterricht verwenden und über ihre Erfahrungen berichten. Wir möchten 365 Tage Zeugen sein, wie interessierte Pädagogen die neuen Tablets für den Unterricht einsetzen und wir für die Schulter schauen über die positiven und vielleicht auch manchmal negativen Erfahrungen, die man wirklich in einem Jahr durchläuft beim Einsatz in der Klasse und natürlich auch privat in der Vorbereitung. Josef Obernhumer von der NMS Münzkirchen, Erlend Korntner von der NMS Zirning und Günther Königmeier von der NMS Neukirchen am Walde werden in den nächsten Monaten die Tablets testen und über ihre Erkenntnisse auf dem Internetblog tabletteacherlive.wordpress.com berichten. Ab sofort geht's los. untertitelung.com Vielen Dank.